und willkommen zurück bei mir wollte wieder gemeinsam auf streif zu das kriegen ich war schon mal ein bisschen flüssig und habe mir eine beckerl am gearbeitet jetzt das schmuckstück da haben mein 120.000 war nicht einfach aber die software firma und unheimlich doch nicht da gehe ich noch mal rein aber jetzt auftrag und die daten aus dem safe in der internet einzug bin ich 1a hätte ich jetzt doch bevor ich werde ich mir natürlich mal informationen darüber das ist natürlich sehr sehr wichtig da fällt mir gerade ein da fällt mir mein anko zettel zu nehmen damit ich mir die zünder zu nehmen ich habe immer einen kleinen so da ist ja auch schon dann würde ich mal scha sagen schauen wir doch mal aus 301 heute heute die na hat ein so kann na die ein bisschen was bringen Nächste Beute. Scheiner. Der Scheiner. Fisch. Im Lager. Die Verscheine sind im Ehe. Nächste Beute. Fehler. Auf dem Fisch. Im Lager. Fisch. Und wirkliche Beute. In einem Plattcontainer. Get. Get. Task. Get. Driver. Plattcontainer. Auf jeden Fall mal interessant. Okay. Was gibt es sonst was da zu tun? In der Container befindet sich eine Stattung. Etwa so ein Teure. Stückt wird. Hm. Oh, schaut mal. Beim Softwarehaus habe ich... Den habe ich schon mal wieder. Na, das machen wir dann. Beim Nächsten. Dann würde ich mal sagen... Wachen wir mal auf den Weg. Und spionieren das Haus aus. Und schau. Ja. Oh. Ah. Was haben die denn? Exit. um 6 über den tag mit dem ist diese tage ermüdet ja wofür sonst bevor es hier vorne niemand ja 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 das ja ja 10 Da steht er. Und da ist er. Untertitelung des ZDF, 2020 Und da ist er. 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 und da ist er.